Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir schauen uns heute das Wochenupdate an. Das heißt, wie jeden Sonntag haben wir alle Coins dabei. Ebenso haben wir zwei Wunschcoins mitgebracht von Ihnen. Das ist einmal One Harmony und Nakamoto Games. Schauen wir uns heute gleich an. Ebenso werfen wir heute nochmal einen Detailblick auf den Dow Jones, wie wir das Ganze nun final sehen. Und haben wie immer viele Zielboxen-Infos zu dem ganzen Thema Krypto, Altcoins, Bitcoin und Co. dabei. Sprechen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir starten heute direkt los. Haben entsprechend wieder das Wochenupdate für Sie mitgebracht. Wir beinhalten heute wieder viele Zielboxen, viele Coins. Einige Zielboxen sind abgearbeitet. Einige Coins stehen nun vor kleinen Korrekturen. Andere vor größeren. Andere müssen noch ihre Zielboxen abarbeiten. Wir werden heute das Ganze im Detail anschauen. Die US30, Dow Jones, immer wichtig auf dem Schirm zu behalten. Die gesamten Märkte. Das heißt, wir haben natürlich ebenso auch noch den S&P 500, den Nasdaq und viele mehr im Hintergrund, die wir immer im Detail prüfen. Hat verschiedene Hintergründe. Denn wir sind der Meinung, wenn die US-Märkte final korrigieren, und zwar richtig korrigieren, dann wird es auch an Krypto nicht vorbeigehen. Und deswegen analysieren wir das Ganze immer mit. Wir schauen uns das heute mal an, anhand vom Dow Jones, wie das jetzt nun aussieht. Final. Wir haben uns für diese Variante entschieden. Natürlich gibt es immer unterschiedliche Varianten. Wichtig ist es, sich in diesem oberen Bereich bei 43.000, 44.000 genau im Detail anzuschauen. Es könnte hier aber noch ein letztes Lack-Up folgen. Und dieses Lack-Up würde dann dazu führen, dass wir dann in den großen Abverkauf gehen. Wichtig, bis wir da hinkommen, dauert es noch eine Weile. Wie gesagt, da einfach mal entsprechend ein bisschen das Ganze auf dem Schirm halten. Wir werden es entsprechend kommunizieren, wenn es soweit ist. Und ja, das mal kurz zum Dow Jones. Final. Unsere aktuell persönliche Meinung hierzu. Dann schauen wir uns direkt den US-Dollar-Patter an mit der Dominance. Auch hier sieht es sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt noch in der kommenden Woche, erwarten wir jetzt noch eine Fishing Candle. Das bedeutet nochmal einen Abverkauf nach unten für die gesamten Märkte. Und dann würde es hier das Thema weiter beflügeln. In der Zwischenzeit, bis natürlich diese Kerze kommt, können viele, viele Altcoins, die aktuell sehr im Vormarsch sind, natürlich weiterhin ansteigen, ihre Zielboxen abarbeiten und vieles mehr. Bis dahin schauen wir mal, wann entsprechend die Kerze kommt. Es könnte sein, morgen oder übermorgen, dass wir entsprechend hier nochmal einen Abverkauf sehen. Muss das kommen? Nein, muss nicht. Wir zeigen es Ihnen gleich an Bitcoin. Wir könnten nämlich hier auch bereits durch sein. Das prüfen wir gleich. Wie gesagt, da geht es nur um ein paar Prozent des Bitcoins. Das werden wir gleich im Detail anschauen. Ethereum versus Bitcoin, einer der wichtigsten Charts, wie wir auch immer wieder sagen, sich das Sentiment anzuschauen, zu prüfen, wo stehen wir. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Weiterhin folgt das Ganze unserem Plan. Wenn Sie sich hier diesen Bereich mal anschauen, etwas klein aktuell, können wir nun mal kurz ran zoomen. Dann sehen Sie bereits, dass hier das Aufbäumen begonnen hat mit einem möglichen One-Two-Setup. Und wir hier übergeordnet nun starke Anstiege verzeihen können, sofern wir über entsprechend diese Marke bei 60 Cent erstmal drüber kommen. Nachhaltig, ganz wichtig. Danach erwarten wir übergeordnet weitere Anstiege. Und wir erwarten ebenso dieses Jahr das Outperformen des Ethereum-Preises gegenüber dem Bitcoin, das wir auch immer wieder in der Vergangenheit gesehen haben. Und wir sehen in 2024 nun eine starke Möglichkeit, dass dies geschieht. Das heißt, komplette Outperforming von dem Bitcoin-Preis. Wir werden auch immer wieder mal, nicht oft, aber es wird vorkommen, immer wieder mal ein sogenanntes Tagesvolumen. Ja, das ist auch extrem wichtig, dass wir einfach ein Tagesvolumen sehen werden vom Ethereum-Preis gegenüber dem Bitcoin, was stärker sein wird. Das wird kommen, solange wir entsprechend nach Plan arbeiten. Dieser Plan ist ebenso in der Bitcoin-Dominance, dass wir hier ein mögliches Topping-Out gesehen haben. Topping-Out bedeutet, dass wir hier nun ausgetoppt haben, dass bereits die Tops hier waren und wir nun bereit sind, final abzufliegen. Das ist unsere aktuelle Erwartung hier anhand dieser Box. Bisher haben wir uns schön nach unten bewegt. Und das ist dann die Beflügelung und die gesamten Märkte werden hier fliegen. Sie sehen, es ist noch nicht viel passiert, aber wie Altcoins bereits durch die Decke gehen, manche sogar extrem. Und wir haben hier, um das Ganze mal etwas aufzuschlüsseln, sehr, sehr viel noch nach unten abzuarbeiten, bis wir überhaupt mal in irgendeiner Art und Weise in der Zielbox sind, wo wir sagen, übergeordnet könnten wir jetzt in eine Trendwende gehen oder in eine kurzfristige Trendwende. Das werden wir dann prüfen, wenn es soweit ist. Aber Sie sehen mal, wie weit und wie viel Altcoin-Party hier noch kommen kann, sollte sich das hier final ausspielen. Das geben wir Ihnen sehr, sehr gerne mit. Und dann wechseln wir doch mal direkt in das große Bild des Bitcoin-Charts. Auch hier sehen wir, weiterhin hat sich nicht viel getan. Wir arbeiten weiter daran, neue Hochstände auszubauen, solange wir unterhalb der White Line bleiben. Das sind wir aber geblieben und nachhaltig. Sieht weiterhin für uns sehr, sehr gut aus. Beim US-Dollar-Ted-Ock, deswegen weiterhin hier neue Hochs möglich, um dann um das Halving herum nochmal einen Cooldown zu sehen. Nochmal maximale Panik in den Markt rein zu katapultieren und dann entsprechend den Golden Bull Run einzuleiten. Das ist und bleibt unsere persönliche Meinung seit Monaten. Und die hat sich bisher auch nicht verändert. Und es sieht weiter nach Plan aus. Auch hier, wir haben nun im Bitcoin-Bereich die Möglichkeit, weiter anzusteigen. Sie sehen es hier im Detail. Wir haben aktuell kein bearishes Szenario mehr auf dem Chartbild, weil wir die gesamten Charts aktuell sehen, vom US-Dollar-Tether bis vielem mehr. Und diese für uns weiterhin immer auf Kurs arbeiten. Und solange wir hier kein bearishes Umkehrsignal sehen, bleiben wir hier in diesem Bullish-Account. Und der sieht für uns wie folgt aus. Es könnte nur sein, wir sind durch. Oder in der kommenden Woche sehen wir hier das Cooldown in die Bereiche 47, 48. Kommen nach oben, sehen nochmal die Möglichkeit, etwas tiefer zu kommen und gehen dann in die Bereiche des All-Time-Hals. Entweder ab hier oder mit nochmal einem Cooldown. In beiden Szenarien werden wir uns in diesem Bereich von 55.000 wiedersehen. Und in diesem Bereich wird es dann weiterhin auch für die Altcoins wieder sehr, sehr interessant. Denn wenn wir dieses Lag-Up nach oben sehen, schauen wir es uns mal an, sollte das kommen, sprechen wir hier von 14%. Wenn die Dominanz weiterfällt, dann ist das wie eine sogenannte Sprungfeder. Das bedeutet, wenn die Dominanz weniger Kraft hat, der Bitcoin aber steigt und die Dominanz fällt. Wir haben da mal ein Chart bei unserer Telegram-Gruppe hinterlegt. Dann sieht man das Ganze, dass eben die Altcoins massivst nachziehen und ganz, ganz viele den Bitcoin outperformen. Und da warten wir geduldig weiterhin darauf. Die ersten Altcoins haben sich gezeigt, aber das ist erstmal der Anfang von etwas ganz Wildem, was da unserer Meinung nach uns noch bevorsteht zum Thema Altcoins. Dann schauen wir uns Ethereum an. Klassisch hier haben wir noch die Möglichkeit, weiter nach oben zu kommen, bevor wir auch hier ein kleines Cooldown sehen. Das heißt, wir haben nun die Möglichkeit, entweder hier diese Zielbox nochmal anzutesten oder wir marschieren jetzt hier erstmal direkt durch in die Bereiche hier um die 3.200 Dollar für den Ethereum-Preis. Wir haben die 3.000 der Marke geknackt. Übergabnete Ziele sollten auch bekannt sein. Zwischen 7.000 und 10.000 sollte man genauer hinschauen. Auch das, wenn Sie Langzeitprognosen interessieren, schauen Sie einfach unsere Startseite vorbei an unserem YouTube-Kanal. Dann werfen wir direkt einen Blick auf Koti. Wohl aktuell wieder in aller Munde. Wie schon im letzten Video gesagt, wenn der Coin nichts macht, spricht niemand. Wenn er dann massiv ausbricht, dann spricht wieder jeder über diesen Coin. Das war unsere Zielbox. Das heißt, Disbelief-Phase, Abflug, haben wir lange drüber gesprochen. Wir sind nun in der obersten Zielbox direkt angekommen. Auch das ist in Altcoins immer wieder sehr markant, dass Sie gar nicht so ein sauberes Setup ausbauen, um nach unten zu kommen, sondern hier direkt durchgehen in die übergeordnete nächste Zielzone. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir hier ein sogenanntes Cooldown sehen. Und dann geht es für Koti auch bereits weiter. Hier 41, dann wieder zurück auf 30 und dann übergeordnet bereits zu neuen Höchstständen im Bereich der 60. Also Koti ist unserer Meinung nach hier auch ganz, ganz interessant, wie der sich hier entwickeln wird. Wenn wir nachhaltig hier über die Marke kommen, hier in diesem Bereich von 25 Cent, dann ist es für uns, dass wir hier unserer persönlichen Meinung neue Höchststände sehen können. Und das wird unserer persönlichen Meinung massivst werden. Für alle, die in Koti investiert sind, wie gesagt, wir glauben, dass das sehr, sehr viel Potenzial mitbringt. Dann haben wir entsprechend Polkadot dabei. Auch er hat noch viel, viel abzuarbeiten, bevor wir übergeordnet in die große Korrektur gehen. Hier sollten wir entsprechende Zielboxen, wie wir es bereits in der Vergangenheit kommuniziert haben, noch abarbeiten. Da hat sich nicht viel verändert. Wir benötigen jetzt hier erstmal einen Push auf die 14 Dollar, 11 Dollar und dann in Richtung der 20 Dollar. Dann Fetch. Das ganze Thema Fetch hat ja entsprechend ganz stark profitiert. Auch von dem Nvidia-Hype. Die ganzen AI-Coins sind wieder momentan sehr, sehr stark im Fokus. Auch das ist und bleibt unserer Meinung nach für den Bullrun wieder massiv, was hier weiterhin noch kommen wird. Wir sind hier lange, lange noch nicht am Ende für den ganzen Thema AI, AI-Coins. Da wird es noch massivste unserer Meinung nach Schläge tun. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal das aktuelle Bild an. Auch hier sehen Sie, wir sind nun direkt in die obere Zielzone gekommen. Es gibt hier zwei Varianten. Variante 1, wir kühlen hier wirklich nochmal jetzt massivst ab, bevor wir dann wirklich hier in die Superparty hier kommen. Oder, ganz wichtig, Variante 2 ist, wir respektieren hier diese 1 Dollar Marke und ziehen direkt durch auf die 2 Dollar Marke. Das sind beide Varianten, die für uns immer noch valide sind. Und da muss man jetzt einfach genauer schauen, wenn wir nachhaltig unter die 1 Dollar Marke kommen, dann werden wir unserer Meinung nach hier die Möglichkeit sehen, in diese Zone nochmal zurückzukommen. Wenn wir bereits dieses Cooldown nur kurzfristig sehen, das heißt so um die 90, 1 Dollar und wir kommen hier zurück, dann geht es für uns direkt weiter hier in die Marke von 2 Dollar. Beide Varianten sind valide. Unsere persönliche Meinung hier, be careful. Wir ohnehin sind bereits längst hier unten investiert. Wir halten Fetch im HODL Portfolio und warten auf den Golden Bull Run, um final abzuverkaufen. Und bis dahin setzen wir einfach die Haltefrist aus. Schauen wir uns direkt zu AGIX. Wir haben heute das ganze Thema AI auch ein bisschen mitgebracht wieder. Das heißt, hier AGIX hat sich auch sehr gut entwickelt. Sie sehen jetzt entsprechend nun der Push. Hier ist aber noch die 1 Dollar Marke unserer persönlichen Meinung nach abzuholen. Oder 1,10 Dollar. Also wir sollten hier nochmal einen Pupik nach oben sehen. Was dann unserer Meinung nach sollte, ist dann auch im Bereich Fetch weitergehen. Wie gesagt, hier muss man ganz klar sagen, ist es nicht ganz eindeutig, weshalb wir hier auch offen gesprochen ehrlich keine Ein- und Ausstiege tätigen, sondern hier für uns einfach das Ding durchholen. Und wie gesagt, für AGIX auch hier wird es sehr, sehr interessant. Sie sehen es auch hier, da ist viel, viel mehr noch los, was wir bei AGIX sehen. Das ganze Ding geht hier bis Minimum 5 Dollar. Also hier wird noch viel, viel kommen, unserer Meinung nach für AGIX. Und deswegen an dieser Stelle schauen wir mal die nächsten Zielboxen hier erstmal an. Das ganze Szenario wird selbstverständlich angepasst, sollte sich hier etwas tun, im Laufe der kommenden Wochen- und Sonntags-Updates immer. IMX, auch hier schauen wir uns nochmal an. Der hat am besten funktioniert mit unter anderem von den meisten Coins. Sollte er weiterhin nach Plan arbeiten, müssen wir hier ganz klar sagen, hat er eine Abkühlung bis zur Oberkante auf ein Minimum 2,17 Dollar. Sie sehen es in der Vergangenheit, wir haben hier den Ausbruch erlebt, sind hier in die Box gekommen, jetzt in diese Box, die haben wir nur ganz leicht hier berührt. Jetzt haben wir diese Box hier an der Kante auch ganz leicht gestriffen. Das heißt, wenn er seine Hausaufgaben macht und hier runterkommen soll, dann geht es auf 2,14 Dollar. Und dann startet für uns der Golden Bull Run für IMX, unserer persönlichen Meinung nach. Und da schauen wir uns auch gleich nochmal an, übergeordnet hier, was hier massiv unserer Meinung nach passiert, dass die 20 Dollar hier im Minimum kommen werden. Das ist unser Verkaufstarget hier für IMX. In diesem Bereich werden wir IMX abstoßen und Danke sagen, sollte er sich dann entsprechend bis dahin so entwickeln. Das ist unsere persönliche Meinung zu IMX. Wir erwarten hier erstmal einen Cooldown, jetzt gehen wir gleich direkt weiter zum nächsten Coin. Dann werfen wir einen Blick auf Filecoin. Auch er hat nun die Disbelief-Phase verlassen. Das bedeutet, wir erwarten hier weiteres Leg-Up für Filecoin, massive Ausbrüche. Und wir sehen, Filecoin dann im Bereich von 12, 13 Dollar zurückkommt nochmal auf 10 Dollar. Und übergeordnet dann um die 25 Dollar. Irgendwo in diesem Bereich werden wir uns unserer Meinung nach einpendeln für Filecoin. Das wird auch sehr, sehr spannend und massiv werden. Und da gehen wir unserer persönlichen Meinung nach davon aus, dass auch Filecoin wieder seine Bühne bekommen wird weiterhin. Auch HBAR hat sich nun sehr gut aus der Zielzone herausgearbeitet. Es gibt nun hier mehrere Möglichkeiten. Auch der Retest hier bei ca. 86 Cent ist nochmal möglich. Aber dann, wie gesagt, übergeordnete Ziele für uns bleiben hier anhand des Ausbruchs bei ca. 20 Cent für HBAR. Dann schauen wir uns GRT The Craft an. Sie wissen es ja, das ist auch eines unserer Projekte, wo wir sehr gut investiert sind. Es gehört zu unseren Top 10 Projekten. Und bei The Craft haben wir hier weiterhin die Disbelief-Phase nun verlassen. Sie sehen, was das bedeutet mit massiven Aufbäumen. Das ist noch lange nicht zu Ende und wir erwarten hier noch gegebenenfalls in der kommenden Woche einen massiven Peak. Ja, vielleicht auch 40, 50 Prozent an einem Tag für diesen Coin. Dieser kann 40 bis 50 Cent sich ausdehnen. Danach sollten wir auch hier etwas Abkühlung sehen. Dann sehen wir bei The Craft sogar übergeordnet bis 1 Dollar und ja, bleibt weiterhin sehr, sehr spannendes Projekt für uns. Dann schauen wir uns Render an. Render haben wir mitgebracht. Hat nun unsere erste Zielbox erreicht. Kann der hier durchschießen? Ja, das kann er. Das möchten wir hier dazu sagen. Das ist unser Abbild, das wir bereits vor ein paar Monaten erstellt haben. Und wir glauben, dass wir hier auch die Möglichkeit sehen, weiter durchzuschießen. Direkt sogar auf die 10 Dollar. So wie Sie es gesehen haben bei den anderen Coins, dass wir gar nicht mehr diese Umwege gehen, sondern direkt in diese Marke kommen und von dort dann erst das ganze Thema nach unten verlassen werden. Ja, das mal kurz dazu. Und danach schauen wir uns jetzt gleich mal den Anker-Coin an. Auch bei Anker sieht es für uns weiterhin sehr interessant aus. Wir sind nun in der Disbelief-Phase, auch hier, die wir in Kürze verlassen werden. Anker ist auch ein Coin, der immer mal gut und gerne an einem Tag eine starke Performance hinlegt. Anker ist auch ein Coin aus unserem Rodelportfolio. Und wir haben hier entsprechend uns die 7 Cent, 5 Cent und dann die 11 Cent, die wir sehen, für Anker mal auf die Fahne geschrieben. Schauen wir mal an, wie sich Anker entwickeln wird. Wir sind selbst sehr gespannt. Und ja, dann geht es direkt weiter. Arbitrum, auch hier erwarten wir noch ein weiteres Leg-Up. Kann er nochmal nach unten kommen? Ja, das kann er auch. Hier nochmal die 1,38 hier nochmal entweder mit einer Fishing-Candle oder nachhaltig das Blatt nochmal abzuwarten. Ist jederzeit möglich hier für Arbitrum. Übergang nicht halten wir Arbitrum aber in unserem Rodelportfolio. Und da möchten wir auch sagen, ist Arbitrum weiterhin, ja, wird ein toller Performer werden vermutlich im Bullrun, wenn der Trilium dann seine Bühne bekommt. Ja, dann schauen wir uns Phantom an. Phantom hier ist noch unserer Meinung nach im Bereich der Phase, wo wir kurz in die Dispelit-Phase hier gegangen sind und jetzt dann auch eine starke Rally erwarten. Das bedeutet, für Phantom erwarten wir diesen Push. Dieser Push sollte uns dann in die Region von 88 Cent im Minimum bringen. Kürzer Rücksetzer, dann sollte es auch weitergehen für 1,43 Dollar. Das Ganze sollten wir unserer Meinung nach dann auch in den kommenden Wochen abfrühstücken und dann wäre auch wieder Phantom unserer Meinung nach hier absolut im Game und würde seine Hausaufgaben hier gehen. Schauen wir uns Link an. Link ist unserer Meinung nach hier. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Die 1 kann auch hier etwas höher sein, dass wir hier erst in der 3 sind, das prüfen wir noch. Aber das ist jetzt mal der aktuelle Count. Solange sich hier nichts verändert, werden wir hier auch nichts anpassen. Das bleibt jetzt mal wie folgt und auch hier haben wir bereits übergeordnete Ziele von knapp 89, dann in der Ausdehnung vermutlich bis 100 Dollar für Link mal hier auf dem Chart drauf. Schauen wir uns an, wie es sich ausspielen wird. Auch das natürlich selbstverständlich auch im Laufe der Zeit immer wieder anpassen und da wird dann auch entsprechend der Bullrun sehr, sehr spannend werden. Denn auch hier möchten wir ganz klar sagen, ist es so, wenn wir dann massive Anstiege sehen und dann immer wieder unsere Zielboxen updaten, dann wird es auch hier sehr, sehr spannend werden. Insgesamt haben wir nochmal einen Hinweis. Wir arbeiten mit der Börse BitGat. Das heißt für alle, die traden möchten, sich das anschauen möchten oder entsprechend hier eine Spotbörse suchen noch, um Coins auf den Ledger zu transferieren oder sonstiges. Unterhalb des Videos finden Sie unseren BitGat Partner Link. Dort entsprechend arbeiten wir und dort haben Sie bis zu 30.000 US-Dollar Einzahlungsbonus. Ja, dann blicken wir direkt auf Aptos. Bei Aptos möchten wir hier auch ganz klar sagen, sieht es für uns sehr, sehr gut aus. Das ist unser Szenario, das bedeutet absolutes Minimumziel, übergeordnet unser Best-Case-Szenario für die nächsten Bewegungen für Aptos. Auch da muss man ganz klar sagen, ist es für uns weiterhin sehr, sehr spannend und wenn Aptos ausbricht, brauchen wir uns nichts vormachen. Der ist und bleibt ein ganz starker Bulle unserer Meinung nach, der wieder ganz, ganz stark performen wird. Dann schauen wir uns Ada Cardano an. Hier möchten wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wir haben die Zielbox hier abgearbeitet, haben jetzt diese Zielbox hier abgearbeitet und kommen nun direkt nach oben im Bereich der 83 Cent. Oder wir werden hier diese untere Zielbox nochmal etwas antesten und gehen dann in Bereiche der 83 Cent. Beide Varianten sind für uns valide und die Zielboxen sind weiterhin aktiv für uns. Dann schauen wir uns QNT an. Auch hier, der Coin wird unserer Meinung nach bald ausbrechen. Genau wenn solch Formation auf dem Wochenchart, wie wir aktuell sehen, passiert, dann dauert es nicht mehr lange, wenn dieser Coin ausbricht. Und unserer persönlichen Meinung nach geht es dann sehr, sehr schnell und wird dann auch in Kürze ausbrechen. Und da glauben wir, dass entsprechend hier bei dem Ausbruch es sehr, sehr schnell geht und wir dann auch Ziele, Preise und Kürze im Bereich hier der 200 bis 300 Dollar Marke sehen werden. Dann One Harmony. Das ist auch ein Wunschcoin aus der Community. Auch da schauen wir uns mal kurz das Ganze an. Wir haben es ja mehrfach mit Ihnen kommuniziert. Disbelief bedeutet Rock'n'Roll. Das heißt, wir kommen hier auch hier aus der Phase raus, aus dem Quark und kommen dann übergeabnet in die Bereiche von 5 bis 6 Cent. Nochmal kurz zur Disbelief Phase, die meisten, damit die meisten das verstehen. Auch da geben wir heute nochmal ein bisschen Einblick, wie wir das Ganze sehen. In dieser Phase ist es oft so, dass viele keine Lust mehr haben, sagen der Coin geht auf 0 und das ist doch alles Käse. Und genau in dieser Phase, wie wir es schon mal gezeigt haben, das ist ein Suckers Rally. Genau in dieser Phase kommt es dann zu den massiven Ausbrüchen, woran wir dann übergeordnet nun diese Zielboxen mitgebracht haben. Das heißt, auch Harmony wird für uns weiterhin noch performen. Dann haben wir Nakamoto Games mitgebracht, auch in Coin aus der Community. Wir hatten damals hier diese One-Two-Setups hier gesehen. Haben die auch einmal, glaube ich, in der Telegram-Gruppe gehabt. Und dann möchten wir sagen, übergeordnet erwarten wir hier die Möglichkeit, diese Anstiege hier zu sehen. Auch hier sehen wir die Möglichkeit, dass wir uns in einer sogenannten parabolischen Bewegung befinden. Diese dann mit der Base 1, 2, 3 abgearbeitet haben und wir jetzt die Möglichkeit für Base 4 und Base 5 sehen. Das heißt, Nakamoto Games wird jetzt parabolisch in den nächsten Wochen, wenn wir in diesem Count sind, hier ansteigen. Das bedeutet, massive parabolische Anstiege. Und es geht sehr, sehr schnell. Das bedeutet, innerhalb von ein, zwei Wochen werden hier die ganzen Ziele massiv abgearbeitet. Hier sind wir auch uns nicht ganz sicher. Auch da möchten wir kurz drüber sprechen. Es gibt die Möglichkeit, dass das das End-Target ist und dass wir dann hier in eine größere Korrektur kommen. Erst nochmal hier runter auf diese 2 Dollar oder wir diese größere Korrektur erst bei 5 bis 6 Dollar sehen. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Das möchten wir gleich dazu sagen. Aber im Bereich der um die 5 Dollar irgendwo kann bis zu 6 Dollar extendieren, geht es unserer Meinung nach hier entsprechend tiefer. Und dann schauen wir weiter, wie es sich entsprechend ausspielt. Ja, wir sagen herzlichen Dank. Wir würden uns über einen Daumen freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, wie immer. Und wir wünschen Ihnen nun einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Danke sehr.